einen schönen guten tag mein name ist solch 99 und ich zeige euch more time city of the dam ja dann mache ich da weiter wo ich letztes aufgehört haben mit meinen drei gländern nämlich mit der vorbereitung auf der letzten kampagnen mission mit den drei gländern ja und bis dahin das wird noch ein weiter weg seine ich würde sagen halt ja es wird erst mal für material erst mal geben so würde ich mal erbau so bevor die eigentliche mission irgendwann mal erscheint so dann mal schauen was überhaupt noch im markt noch zum kaufen gibt es einmal kurz mal schauen was sagt der markt platz momentan von die langen gegenstände erwähnt ich auch vielleicht ein hammer lila hammer 33 gold glücksbringer ja okay habe ich überhaupt lila eine glücksbringer das würde mich jetzt mal interessieren okay du hast ein du hast kein okay kann man eventuell überlegen habe ich dir okay du hast nun standard helm du auch okay eigentlich könnte ich seinen helm gegen normalen helm umtauschen also jetzt mal schauen hier etwas auch nur normalen glücksbringer okay du bist auch verletzt da würde ich jetzt mal was vergleichen gleich so das auch nun die landen meine güte ne lila okay du bist komplett auf lila ja hier okay du hast den bogen okay mal schauen okay der bogen schwächer als die armbrust ich würde ich glaube ich würde doch eher zu armbrust tendieren halt erst mal ja warum nicht war schon kriegst du erst mal so du hast nur eine lila axt weiter ich habe ich noch nie habe ich leider nicht keine gute rüstung er hat theoretisch doch wenn ich ihn seine rüstung weg nehme du kriegst hat die hier so und kriegst du noch mal die zack so dann streitkolben habe ich noch was war erst mal nix jetzt müssen wir mal einmal schauen ne das bleibt zuerst mal sollte soweit alles bleiben so zack 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 ja alles klar so das war mal kurz das organisatorische würde ich jetzt mal sagen Attacke ich würde diesmal ich denke mal hier bisschen gemächter wie wir angehen das geheime lager eine kriegerbande sammelt sich an ihren kriegswagen die andere kriegerbande teilt sich in drei angriffs trupps auf dann würde ich mal sagen Attacke formation steht soweit zack nochmal einmal in ruhe gucken ja es sieht doch gut aus ja es sieht sehr gut aus alles klar zack einfach mal die mission starten fertig scouts reported a secret cash of equipment in the ruins but recovering it has become no easy task somehow an enemy war band has learned of your plan worse lying in ways and have deployed patrols to flank your warriors so in adelsviertel bin ich unterwegs mission ziel schlacht wird ihr müsst alle gegnerischen krieger ausschalten oder ihre kriegerbande zum rückzug zwingen mission zielt jeden widerstandsbrechen optional raubt das götterbild der gegnerischen kriegerbande und verschaut es sichern eure truhe und schützt euer götterbild im schreien das geheime lager eure kundschaft bricht von einem geheimen ausrüstungslager in der ruine aber es ist alles andere als einfach es zu bergen irgendwie hat eine feindliche kriegerbande wind von eurem vorhaben mitbekommen schlimmer noch sie lauern euch auf und haben streifen denn sagt die eure krieger auf der flanke her angreifen ja so wie es sich anhört wird starte ich als gruppe und der gegner hat dann als ich in drei gruppen sich aufgeteilt so new round has started 95 das sind's geben oder sonderfeld zorn des felsen mit 95 geschwindigkeit das sollten eigentlich geben sein aber anscheinend ist es doch die sigma priester ok stadt relativ günstig mit der beute jetzt kommt die frage was ich mit meiner magie als erstes mache ist nichts um auch nichts aber ich denke ihm würde ich doch nicht rausschicken zum moor steine holen ihn würde ich eher im gebäude platzieren wie gut bist du und klettern muss 77 kommt kletter mal ok erste runde schafft er nicht dann noch einmal jawohl jetzt ist das auch einen besseren überblick momentan stichet gar nix hier dann kannst du auch direkt reingehen wir sind später von oben blitze zaubern ohne ende ja ok irgendwas ist glaube ich in der nähe ok der blitzt gerade paar moor steine also wo schießt du ok du schießt da ein schützen würde ich dann eher hierhin holen mal schauen vielleicht siehst du da was ja es sind die siegmaschwestern ok ich so noch nix visieren oh 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 ok die sind im gebäude drin ich glaube da will ich gleich mal zurück beordern ok ok ne den moor stein nehme ich nicht auf es wird immer so eine art ich echt nix da wo ich mich hier irgendwie wo ich mich fast hinstellen kann ist das richtig ok ja dann so durchladen und zug bänden ok wo wo stehst du so schießt da hinten ok kannst schon mal den klumpen mitnehmen und der moor stein effekt bringt mir nix ein jetzt muss ich mal schauen so rum ok so ist gar nix gut dann sieht es wahrscheinlich eher so aus wir stürmen mit aller macht nach vorne ok kann ich so nicht anvisieren nicht ach verdammt bin ich in der falle reingelaufen naja ich setze da mal an feuerbereitschaft so wie viel platz hast du oh fünf platz ok das ist schon mal gut so dann kannst du mal das gebäude ah so klettern ist nicht da muss ich halt ok ich glaube ich brauche eh alle mann lieber zur verteidigung hm so so dann schläge du wartest es mal da ab weil damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet seit mir schon hier äh praktisch vor der nasentür steht vor der austür besser gesagt halt so wo stehst du du stehst da man könnte es auch erstmal die beiden sachen nehmen und dann äh versuchen zurück zu kommen ok so dann bleibst du erstmal da so du genau du wartest es eher ab ich werde den bereich mit ihnen abdecken aber wenn du mir häppchenweise entgegenkommt das ist wunderbar dann kann ich sofort mit so zwei drei mannen den einen bearbeiten jeweils immer war schon so so da würde ich eher sagen du gehst mehr da hin oder 1 1 2 ah ok den klumpen kannst du dir noch nehmen noch so so und dann ok ok das war wahrscheinlich nicht so gut platziert so so wo bist du 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 gehst jetzt aber mal meinen anführer mal unterstützen ok du kommst nicht so weit aber aber passt schon so so ok nix passiert da ist schon mal gut so was mache ich jetzt mit dir am besten so und so und 60 ok das ich muss mal schauen wie ich gleich mal mag ja hier irgendwie auskriege aus dieser situation ok ja genau was mache ich jetzt mit dir am besten so so neue runde beginnt aber wer von denen hat 95 das wird mich mal interessieren ah ok so die erste kam an so dann so mein magier wird so ein äh zwei kannst gar nicht ok jetzt kommt die frage glaube ich würde er dann runter springen anstatt hier noch im gebäude zu bleiben nehme ich lieber bisschen schaden im kauf oder doch nicht da der sagt so so ok 20 moment mal hier starte ich da kann ich machen was ich will versuche ich die zu grillen ok erste zauber erfolgreich zweiter setzt auch noch einmal allein da da ist die magie resistenz hat gerade ihren resistenzwurf geschafft und vom dritten blitzschlag ja kein schaden zu kriegen so dann so die läuft jetzt irgendwo hin aber wird erst mal geschossen na ok nach oben oder nach unten zum glück bin ich runtergegangen aber wenn ich mit magie oben geblieben hätte er ziemlich böse probleme bekommen so dann so ok haben wir den gezielten schuss warum nicht verfehlt sogar noch war na gut nach sieht nix ist ok wir treffen das schon mal gut so zu wenden so ok a feuerbereitschaft daneben aber ganz schön knapp da macht sich sogar noch ein sturm angriff verfehlt erst mal meiner verfehlt auch gut haben wir jetzt schon mal den ersten nahkampf mal schauen was macht seine anführerin ist unterwegs ok die ist nämlich oben dann schnapp ich mir erst mal ihre kleine schwester einmal getroffen wunderbar aber dann eben auch mit 96 daneben 95 er treffer wahrscheinlichkeit alles bitter und die muss ziemlich schnell jetzt weg gemacht werden das lichten da ist ein kleiner splitter nehme ich jetzt einfach mit so nix passiert gut dann so 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 sagt ok ok die treffe ich nur mit 51 ok die dann versuche ich mal auf die schäften zu schießen moment mal ok da habe ich die nur im visier ok jetzt na gut gebe ich so ab so na komm mal her verfehlst du erstmal das ist schon mal gut so dann du hast keinen heftigen Hieb auf ok gegenangriff verfehlt wunderbar ok das war ein treffer ok ok gegenangriff schon wieder das ist bitter das ist noch mal hier ok so ok so So, was macht derjenige? So, okay, hier habe ich zwei Angriffe. Ein Treffer, wunderbar. Und machen das weiter her. Jawohl. So, und dann parieren. So, du bist... du bist da hinten. Da kommst du aber nicht ran. Ah, verdammt. Ah! Da hat sich jemand sich blicken lassen, oder es hat sich wieder versteckt, besser gesagt. so du schnappst dir nämlich dieses nette fräulein mal und heftigen okay sie hat einen arm verloren und ein bein abbauen jetzt schon gelitten so dann variieren neue kampfrunde sie verliert die nerven nicht und trifft erstmal tödlicher hieb sitzt nicht ich könnte jetzt hier dieses nette fräulein ausschalten und da auch gleich sind so viele dran erst mal das wird dauern die könnte ich auch im beschuss nehmen die könnte ich rausnehmen okay die hat schon gehandelt das jetzt kommt die frage na die könnte ich ja okay ich versuche mal die hier rauszunehmen einmal buffen hat schon mal ihren ersten resistenzwurf geschafft war das schon mal bitter zweites mal buffen so getroffen und drittes mal buffen und zack oh entkräftung okay erst mal schauen ermüdung folgeangriffe kosten ein op stapelbar okay dann bände ich mal mein zug so dann zack kommst du auf einmal her das war's das war's okay oh da ist jemand blöd so wie ich sehe okay sie greift an okay da trifft die einmal zweites mal das war's okay was macht die eigentlich hätte ich auch jemanden darunter stellen jetzt gleich springt die erstmal herunter ah nee die macht erstmal noch ein bisschen nach dem buffen nö geht in der überfallhaltung okay so so wem habe ich da alles im vc 45 35 20 okay wenn ich mich dahin stelle immer noch ja gleich hier stehen bleiben so da ja dann manchmal den gezielten schuss ach daneben okay dann äh ausweichhaltung so du lädst nach auch nur 45 okay schon wieder nicht getroffen ähm ausweichhaltung so dann zack einmal und zweimal okay dann ausweichen wo kommst du auf einmal her so so du haust dir erstmal aus den Latschen so die erste schon mal weg so dann mal schauen was hast du denn da bei einem zwei Handtammat nehm ich mal mit so dann hast du noch genügend Bewegungspunkte ah ne kommt noch nicht ran aber ich werde mich mal vor jetzt aber mal hier platzieren so oh 77 ok kritisch getroffen und betäubt das schon mal gut ja dann kannst du hier nochmal stehen bleiben weil so schnell wird die erstmal nicht ankommen ausgewichen ok nicht getroffen getroffen äh aber du wirst erstmal verzögern eventuell brauche ich äh den Champion noch für später so da treffe ich sie treffe ich sogar besser aber die treffe ich schlechter ich versuche mal ein Glück einmal und komm jawohl und gehst sofort in der Parierrolle ja da kommt schon die nächste an so du musst noch den Zug noch warten so und du genau du schnappst die erstmal sie hier ach verfehlt komm schon jawohl ein Treffer und parieren so da wartet schon die nächste hm okay kommt noch nicht an also du musst noch eine Runde warten also du musst jetzt weghauen jawohl einmal und nimmst den heftigen geben jawohl mal schauen was hast du denn dabei oh Pflege des Glücks hm plus 10% Widerstand gegen kritische Treffer nehm ich mal mit so dann wie willst du dich am besten na okay du kommst kommst du überhaupt an na du kommst an das schon mal gut ja dann gehst du dahin zu bänden und du gehst mal da rein so und so neue Runde so wem kann ich da noch ach ja stimmt okay die schnapp ich mir als nächstes hat ein resistenzwert von 17 kann eventuell den ein oder anderen blitzschlag abwehren zack noch einmal gegrillt und zack noch ein drittes mal zack einmal vom blitz getroffen oh von donner gerührt okay was macht das äh effekt so von blödheit betroffen ja okay na gut dann passt das schon so dann jetzt mal da hin so nerven oh die verliert die nerven nicht okay okay was hat den da einen kleinen dolch oder hat nur einmal zu so was macht die bufft wahrscheinlich ihre truppe erstmal ja komete sigmas okay und beschwert noch einen kometen okay so 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 dann sogar die treffe ich besser okay dann würde ich mal auf die mal da hinten mal schießen 65 ah ne zack einmal und ausweichen so du lädst mal durch erst ah versuchst es noch ich versuch noch mal die oh getroffen das ist schon mal gut ausweichen die verliert die nerven auch nicht ah auch eine hohe moral okay trifft erstmal ah dafür fehlt sie wunderbar so so die ist fertig so mal schauen was hast du dabei Mensch Splitter glaub ich dir ah ich glaub mal den Hammer und deinen Streitkolben so dann mal schauen okay die ist noch da noch im Kampf gebunden ja warum nicht so Ja, komm. Die automatischen Treffer hole ich mir mal eben. So. Einmal. Kommt natürlich die Frage. Zweimal. Und der heftige Team muss es machen. Jawohl. Wollen wir mal schauen, was hast du noch so dabei gehabt? Hammer und Fegel. Nö. Nö. Kannst du dein Kram behalten. Oder? Wenn ich schon mal dabei bin, so, dann läuft hier so ein Hammer. So, dann kann ich hier gleich schon mal im nächsten Zug abgeben, erst mal. Die Taschen leer machen. So, das war sie. So, du lädst nach. Aber wem habe ich da noch im Visier noch? Die Tante habe ich noch im Visier. Da versuche ich mal anzuschießen. Ah, Treffer. So, die Moral, die hält noch. So, einmal. Zweimal, immer feste drauf. Und noch ein drittes Mal. Jawohl. So, und dann Papier. Läuft dir alles wie am Schnürchen. Schnappst du dir jetzt auch noch mal? Ah, verfehlt es einmal. Los, komm. Jawohl. Und parieren. So, was mache ich mit dir am besten? Da steht schon die nächste bereit. Kommst du auch gleich dran? Ah, du bist auch gleich dran. Okay. Äh. Ah, was ist das mal hier? Überfallhaltung. So. Jawohl. Okay. Der hat dann gesessen in der Treffer. Oh, der Zweite hat ihn auch betäuft. Oh, das ist nicht gut. So. So. Sieg mal's mal. Die bufft irgendwas. Okay, Sturmangriff geht zum Glück daneben. Okay, der Treffer hat gesessen. So. Erstmal. Hm, auf die. Äh. Äh. Ja, erst mal auf die hier. Damit sie schnell weggeht. Jawohl. Zweite Treffer. Und parieren. So, neue Kampfrunde beginnt. Ah, mein Magier ist diesmal blöd. Ah, kann ich diesmal nix dafür. Nervt noch Schatz. Sie verliert die Nerven nicht. Okay. So. Durchschlagen. So, dann nochmal auf die Anführerin drauf schießen. So, ausweichen. So. Du nix nach. So. Okay, 27 Schaden. Passt. Ausweichen. So, was macht die? Ah, die bufft erstmal ihre Truppe. Ah, die kommt erstmal nicht runter. So ist schon mal gut. Zaubert auch diesmal nicht. So, er rappelt sich auf. Das schon mal gut. So, ein normaler Angriff. Oh. Oh, sie pariert den Angriff. Gut, dann äh. Ausweichen. So. Du verschaufst erstmal deine Sachen. Äh, komm ich überhaupt ran? Nein, ich komm nirgends voran. Ah, das ist schlecht. Gut, wenn ich nirgends vorankomme, dann äh, kann ich ja direkt erstmal die, äh, Waffen wechseln. Oh, warum nicht? Und mit mit 41-prozentiger Wahrscheinlichkeit noch getroffen. Nicht schlecht. Einfach so aus der Handgelenk. So. Okay, die treffe ich sogar schlechter. Die unten. Zack. So, dann ausweichen. So. Okay, sie weicht erstmal einmal elegant aus. Dann. Getroffen. Und nochmal getroffen. Das ist schon mal gut. Ah, den ersten Treffer hätte ich auch gerne, äh, gesehen, wie er gesessen hat, aber nö. Da ist die ausgewichen. So. Okay. Ach, daneben. Schade. Komm, jetzt hauern. Jawoll. Gut, dann parieren. So, du. Ja. Du gehst da rein. Hauptsache Überzahl kriegen. So. Oh, sie verliert die Nerven. Okay. Nicht schlecht. Haben eine ziemlich hohe Moral, die Truppe. So, sie bufft sich. Okay. Der erste Schlag ging daneben. Oh, der zweite hat gesessen. Okay. Der dritte daneben. Gut. Einmal getroffen. Das ist schon mal gut. So. Nein, erst mal den normalen Schlag. So. Die ist fertig. Okay, Moral hält noch. Oh, und da ist die ausgewichen. Mit neunprozentiger Wahrscheinlichkeit. Nicht schlecht. Neue Runde Blödheit diesmal erfolgreich. So. Wem? Soll ich die weggeblitze? Nur die mit einem Hammer. Na, die schneller wird am Weg. Mach ich die hier weg. Erst mal. Okay. So, ah, minimal noch. Ah, okay. Ne, dann. Ne, dafür ist mir der Blitz dafür viel zu schade. Geht der Blitz diesmal da drauf. So, und dann, äh. Ah, ich darf ja noch im Bereich laufen. Ah, so. Letzt nach. Hm. Auf die Oberschwester. Überfallhaltung, okay. So. Hahaha. Ist ja fast wie Tontau umschießen. So. Du holst ihn jetzt weg. Perfekt. Was hast du dabei? Äh. Ein bisschen für Geld. So, ich hab ja noch. Äh. Ja, komm ich drum rum. Ja, drum rum komme ich schon. Ja, komm, warum nicht? Sack. Ja, die ganzen Fernkämpfer kümmern sich hier um die Chefin da. Ah, die ist ja auch schon fast fertig. Okay. Äh, äh. Äh, 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 du laufst mal da hin und dann geht's mal von hier aus rein. Und komm, noch einmal. Perfekt. So, parieren. Oh, von wo kommt die denn her? Okay. Okay. Gut, dann würden sich die drei um die hier sich kümmern. Und. Ich würde mich da mal um ihr heben. Ah. Oh, betäubt. Oh. Das ist ein böser Treffer, so. 94, das ist schon ziemlich übel. Dann brauchst du Hilfe. Gehen wir mal von hier aus rein. Einmal. Okay, gegen Angriff. Ah, ich denke nach zwei normale Treffer. Sind okay. Ah, die macht jedes Mal einen Gegenangriff. Ah, nee. Parieren. So. So, was machst du? Ich brauche da Hilfe. Brauche doch mal ein bisschen Unterstützung. Achso, nö. Lösen. Okay, daneben. Und. Jawohl. Dann gebe ich es so ab. So, nervt noch Stahl. Es fällt die Nerven. Okay, da. Der Treffer hat gesessen. Der hat gesessen. Okay. Drei Treffer. Nicht schlecht. So. Okay, normaler Treffer. Und. Heftigen Heap. Perfekt. So, parieren. A new round has started. So. Kommt natürlich die Frage. Ich würde dann eher auf sie hier gehen. Weil die ist mir einfach viel zu gefährlich. Nein. Nein. Sack. Einmal. so viel Schaden wie möglich bei dieser Truller da mal reinhauen, wie es geht. Trotz wo ich die Möglichkeit habe, die Oberschwester anzuvisieren. Denke ich eher bei ihr ist es so weitaus viel gefährlicher, weil einer ist momentan bei meinen Leuten betäubt. Und ob der sich rechtzeitig aufrappelt, weiß ich nicht. So. Okay. Keine weiteren Ziele. Okay. Die Oberschwester ist weg. Schaffe ich zum Plündern? Nein. Zum Plündern schaffe ich nicht. Also. Aber mit ihnen könnte ich Plünderung planen. So. Einmal rauf mit dir. Und nochmal schauen. Was hast dabei? Schild des Zauberbrechers? Okay. Zum Glück habe ich nicht gezaubert bei ihr. Okay. Nimm ich mal alles mal mit. Mal von ihr. Und nachladen ist nicht drin. die Tumult wahrscheinlich hier im Gebäude herum. Ich gebe mit ihnen erstmal so. Einmal und zweimal perfekt. Ausweichen. So. Sie muss unbedingt weg. Perfekt. Rettung in letzter Sekunde würde ich mal sagen. So. Zweihand einmal. Ach komm. Nehme ich schon mal mit. Kann ich hier noch mit kuscheln? Jawoll. Und einen heftigen Hieb. Ah, da steht die noch. Und dann verriert. So. Und lädst nach. Und stellt sich erstmal. Nein, du wartest hier erstmal. Kann ja noch sein, dass hier noch irgendwas kommt. So. die ist fertig. Kann ich nicht klauen. Okay. Äh... 30. schaffst du das? Das würde mich mal interessieren. Überfallhaltung. 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 So, du rappelst dich auf. Und ziehst dich einfach nur zurück. mehr nicht. Der hat schon sein Sold erfüllt. So. Du gehst da mal nach unten. Und... Ah, die zieht sich zurück. So, neun Leute ausgeschaltet. Oder neun Frauen. Besser gesagt. A warrior needs a bit of luck and a lot of skill to win a battle. But most of all he needs strategy. You have managed to find the winning mixture. Now just be careful not to lose it. So, ein Schlachtfelssieg habe ich diesmal erungen. Ein Krieger braucht ein wenig Glück und eine Menge können, um eine Schlacht zu gewinnen. Aber ohne Taktik hilft beides nix. Ihr habt die richtige Mischung gefunden. Dann fleht sie jetzt bloß nicht wieder. Ja, ich sag mal so, das war... Doch, das war ziemlich gut gespielt diesmal von mir. Hier und da mal ein bisschen Risiko eingegangen. Aber Mordheim ist auch unberechenbar manchmal. So, leichte Verletzung. Okay. The God is all with you. Okay, ein Punkt auf Kampfwert. Das ist schon mal gut. Auch ein Punkt auf Kämpfen. Wunderbar. Ein Punkt noch physisch. Schon mal gut. Leichte Verletzung nur. Okay. Äh, kritische Treffer hat ihnen den Böse zugeteilt. Mal schauen, was habe ich erhalten. Also so ein bisschen normalen Kram, aber hier die lilanen Sachen, nicht schlecht. 22 Gold, das bringt mir diesmal Sack. Und 81, so... Naja, schnell mal die Aufstiege machen. So, mal schauen. Du wirst genauer. Deine... Ja, dein Crit steigert. Oh, nein. So, der Kämpfer. Ah, okay. Er wird besser am Kämpfen. Warum nicht? Nein. 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 Auf physisch. Und, äh... Gewandter. Ein Widerstand steiger. Das ist okay. Okay. So. Nein. 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 Nö, das war's. So, dann muss ich nochmal kurz die Aufstellung hier ändern. So, ich habe zwei Verletzte. Eine, zwei kommen wieder. Hm. Okay. Dicht tausche ich mit ihnen ein. Bei dir dauert es noch. Ah, okay, er kommt wieder. Ah, ihn habe ich den lilanen Helm weggenommen. Jetzt könnte ich theoretisch auch ihm auch eine leichte Rüstung besser geben. Wie sieht es mit seinem Ausweichen aus? Okay, parieren kann er eh nicht mehr nutzen. Nee, dann kriegt er einfach nur eine leichte Rüstung. So. Aber ich habe keinen Helm mehr? Mal schauen. Ach, gleich mir immer von dir den Helmer aus. So, dann dann war es das auch für das erste Mal. Einmal den Tag kurz überspringen. Gibt es überhaupt ein neues Ereignis? Okay, neue Söldnachse abkommen. So, soll man schauen. Hm, was ich als nächstes Spiele weiß ich noch nicht. Naja, ich werde jetzt meinen Stream beenden. Ich hoffe, der Stream hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und Tschüss.